ja servus hallo zu einer folge aus der sudküche gestern war ich schon dabei schloss dreherinsel schwäße und stoßstange halter halter insel schwäße und ja das sind die kleine ecke wo der stoßstange halter fisch gemacht hat deswegen stoßstange halter halter ja so wolfgang war gerade da hat die stoßstange gebrungen und der grill haben wir auch drauf gemacht spaltmaße alles perfekt passt alles super zusammen und ich gehe ziehe baut das alles auseinander macht es wieder auf die seite und du dann anfangen abzukleben abzuhängen und du schloss dreher und die rahmensticker von der komplett lackierung wenn ihr pokern bleiben daran ja oh he's going big yeah you know the kid call me hey banker oh he's going big yeah you know the kid call me hey banker 95 or 95 blood is filling up my eyes a billion by the time i turn 35 i live my life like sudden death fucking overtime we got the power the people the pockets you put it down but we step up and drop it if you don't go hard you better go home because we're swinging for knockouts i dare you to stop us it's not what you think not what you say cbw fky chasing bullshit will fucking kill you oh he's going big yeah you know the kid call me hey banker always going big hey banker always going big yeah you know the kid call me hey banker always going big yeah you know the kid call me hey banker Untertitelung des ZDF, 2020 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 Rahmen nebenher geht, an den Klimakompressor, die habe ich, und habe, glaube ich, anywhere geht. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das ist die vom Rahmen an den Kondensator. Der Recht von der Klima, vom V6 war alles komplett im Arsch. A, der Lüfter, also falls irgendjemand was hat, was V6 und Klima angeht, kann ruhig mit Kühler alles zusammen sind, da wird man sich bestimmt eh nicht um das ganze Park geht. Bis nebenan der Rahmen, wo die zwei Leitungen hin an die Spritzwand gehen, bis dort hier das ganze Ding. Wie gesagt, da wird man sich bestimmt eh nicht. Schreib mich an oder geh nur auf Facebook, schreib mal Privatnachricht oder schreib es in die Kommentare hin. Wäre saugeil, wenn man das hier krähte, weil das Auto ist zu schade, um irgendwas nicht original zu machen. Deswegen gucken wir, dass man wirklich alles beneebel kriegt. Der Wolfgang, der hat ein ganzes Päckchen mit Klipsen und ganzen Scheißdreck alles bestellt, weil es halt eine 2000er Edition ist, mit noch nicht mehr 130.000 Kilometer in einem Top- Zustand. Der hat weder am Unterbottom noch sonst irgendwas kein ähnliches Roche-Bläschen. Der hat innen drin noch nicht mehr einen Kratzer irgendwo am Radio, an der Schalter. Da mache ich, wenn er fertig ist, noch ein komplettes Video dazu. Deswegen wollen wir den komplett richtig herrichten. Wir wollen auch kein Radläuf bürteln, weil das das Auto wieder schlechter macht. Wir wollen so wie er ist, klein bisschen machen, dass er schön ist. Aber da komme ich dazu, wenn er fertig ist. Das erkläre ich alles, wenn das Auto fertig ist. Im Hintergrundsinn, ich habe den komplett Front lackiert. Es ist ja jetzt zwei Schichten Klarlack drauf. Komplett. Das kann jetzt trocknen, zwei da. Dann kommt in die Stumpe, in die Rahme, komplett Wachs drin. Nicht nur vorne, sondern bis hin hinaus. Später, ja, wenn ich Wachs drin mache, hebe ich noch hoch, kommt im Unterbottom in die Rahme. Kommt auch noch Wachs drin. Schwelle muss ich gucken, ob ich Wachs drin mache. Muss ich mal gucken, wie es aussieht mit der Stoppe. Dass man komplett eh mal die Wachsbeschichtung machen. Die Hohlraumversiegelung machen. Dann tun wir hinten in der Seitewende und in der Endspitze noch Wachs drin machen. Hohlraumwachs. A, B, C, Säule machen wir Wachs drin. Ähm, ja. Und ich tue noch, ohne wo Lampe drehe, alles ingeschwäßt ist, dort wird auch alles schön ingesprüht mit Wachs. Dass das schon durch die Kapillarwirkung in die Ritze reinziehen kann. Und später hinaus, wenn alles trocken ist, kann man das Recht, was überflächlich ist, mit dem Wachsentferner schön wegmachen. Und dann weiß man definitiv dort, wo die Bleche zusammen sind, zusammen geschwäßt sind und so weiter, dass dort unten drunter nichts passieren kann, weil es Wachs ist. Ich habe es auch gute Erfahrungen gemacht mit der Vorgehensweise, weil alles einfach mit Nahtabdichtung zukleben, bringt nichts, weil hinten drüber ist, egal wie dünn das ist, das ist Raum hinten drüber und durch das warm, kalt alles kommt Kondenswasser, fängt aus Rostet. Die Erfahrung habe ich gemacht. Ich mache dann einen Scheiß mit den Autos schon mittlerweile über 20 Jahre. Fast 24 Jahre und habe einiges gelernt in der Zeit. Und ja, so, wie gesagt, das tut jetzt da zwei trocknen. Ich denke, zum Wochenende hin bauen wir Kodflüschel alles dran. Dann kommt das nächste Video dazu. Dann sieht man das alles. Die folierte Haupt, die bleibt jetzt komplett drauf, bis er zusammen ist, mit Stoßstang, mit allem drum und dran, dass man nur der Haupt, wie ich es jetzt gebaut habe, alles ausrichten kann. Lampe, Kodflüschel und so weiter. Und dann später hinaus, wenn das alles fertig ist, kommt das runter und ich habe da noch eine Silber in die Haupt, von dem, wo ich vor dem Jahr zwei geschlappt habe. Die machen wir drauf, tun wir nur einmal aufpolieren, hat nur zwei Macke drauf, kriegt man leider nicht weg, weil dort ein Lack kaputt ist. Aber sie ist Silber in dem Starrsilber und ich kann die Haupt nehmen und kann die Haubeverlängerung schweißen. Muss nur gucken, dass ich dann mit dem Wolfgang rette, wie man es macht. Aber ich glaube, ich passe das am anderen Vektor, wo er hat. Wo es dann später hinaus auch dazu geht. Ich denke, da gibt es Sud-Spezial 2, das Beste. So, das haben wir gesehen. Was trinkt jetzt? Wie gesagt, wenn irgendjemand vom V6 die Klimaleitungen hat, mit Kabelbaum, egal was vorne rum, egal was es ist, man hört sich bestimmt ähnlich, schreibt mich an. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich habe vorhin in der Kamera das Rinn gemacht, weil ich ja die Kommentare habe, was für Rostschutz ich benutze, habe ich das extra Rinn geholt, das nachsiehe und ansonsten, keine Ahnung, bevor ich wieder ewig babbel, ihr habt gar keinen Bock, das Video ganz zu gucken. Manche schon, manche hier in mir kennen es so, kann ich gar nicht verstehen. Ich verstehe auch gar nicht, warum ich immer so viel erzählen muss. Aber es ist egal, das war es jetzt von heute mit dem Vektor B Sud-Spezial. Der Wolfgang ist schon ganz geil drauf. Wenn er fertig ist, bin er dann zu fahren. Ja, ach so, bevor ich es vergesse, ich bin jetzt noch Video gestern wieder, habe ich Nachrichten bekommen. In der Beschreibung unten packe ich einen Link. Habe ich gestern auch noch gemacht, die Nacht irgendwann, keine Ahnung, wenn ich die Nachricht bekommen habe, packe ich einen Link drin. Dort ist von Paypal ein Link drin, da kann jeder draufgehen, da habe ich einen Moneypool in gerichtet. Jeder, der die Sudküche unterstützen will, helfen will oder wie auch immer. Da ist wir alles da hingestellt. Der kann da draufgehen, kann was spenden, kann was schicken, wie er will. Und wenn es nur 50 Cent sind oder sonst irgendwas, ich bin für jede Hilfe dankbar, damit ich meine Sudküche wieder zu mir zurückholen kann, so schnell wie es geht. Und ja, das wollte ich noch sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann teile, like, abonniere nicht vergessen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin!